Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind die Besten. Mein Fußballverein ist der Beste. Meine Familie, mein Land, meine Firma, meine Automarke und so weiter. Das sind Sprüche, wir könnten sie bis ins Unendliche fortsetzen. Nur meines ist gut, alles andere ist schlecht und taugt nichts. Oft haben wir nur uns im Blick und halten uns für die Allerwichtigsten. Alle anderen, sie bleiben außen vor. Die Fußballspieler des Vereins, zu dem man hält, die können fast alles tun und lassen, was sie wollen. Die Fans, sie halten zu ihnen. Die Spieler anderer Vereine können noch so gut spielen, können noch so fair sein. Es muss schon viel geschehen, dass man über sie mal ein anerkennendes Wort findet. Das gilt für viele andere Dinge auch, bei denen wir sagen, wir, unser, mein. Nein, unser Volk, unser Glaube, das haben auch viele Menschen zur Zeit Jesu gesagt. Der Messias, auf den wir warten, der Retter, der wird nur für Israel da sein. Der gehört nur zu uns. Jesus hat, so erzählt es der Evangelist Matthäus, zunächst ähnlich gedacht. Das musste eine kanaanäische, also eine ausländische Frau erleben, die ihn um Hilfe bittet. Dreimal wimmelt Jesus sie mit ihrem Anliegen ab. Erst nach ihrem vierten Anlauf ändert Jesus seine Meinung. Er antwortet ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Viele Menschen fragen sich, was ist denn Glauben eigentlich? Darauf gibt es viele Antworten. Eine wichtige ist, Glauben heißt, ich vertraue jemandem. Das hat die Frau getan und noch mehr als das, sie hat gehofft. Wenn ich nicht locker lasse und nicht aufgebe, dann wird Jesus seine Meinung ändern. Deshalb berichtet der Evangelist Matthäus nicht nur von dem Wunder, dass die Tochter der Frau geheilt wird. Genauso wichtig ist, seit dieser Begebenheit heißt es nicht mehr, mein Volk, meine Freunde und alles andere zählt nicht. Seit dieser Begebenheit wissen die Christen, für Jesus gibt es eben keine Grenzen. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen schönen und auch gesegneten Sonntag.